Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute ist mal wieder meine Schwester mit dabei. Ja, hallo. Genau, und ja, meine Schwester darf heute zum ersten Mal in SSO ein Championat reiten. Also, wenn ihr sie nicht kennt, ich hab schon mal ein Video gemacht, wo sie mal, ich glaub für 20 Minuten oder so, einfach ganz normal Star Stable gespielt hat und alles machen konnte, was sie wollte. Und ja, sie spielt eigentlich nicht Star Stable und deswegen... Das wird mal krank. Ja, deswegen stellen wir sie heute mal vor die Herausforderung, ein Championat zu reiten. Und ja, ich melde mich hier schon mal an und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn es losgeht. Und ich wünsche ihr schon mal viel Erfolg und schauen mal, wie es dann so läuft. So, gleich geht's los. Und los. Jetzt schon? Ja, wo soll ich denn überhaupt lang reiten? Geradeaus, da wo die grünen Pfeile sind. Da musst du jetzt drüber springen. Drüber springen, da sind Karotten. Ja, super. Da außen rum, oder vor der Truppe springen. Achtung, 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 hier sind Hindernisse im Blick. Da, nach rechts, 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 rechts. Das ist grausam. Da geht's runter. Warum sind die alle so schnell? Äh, weil die sie den Weg kennen. Nach links. Hilfe, Hilfe. Ah. Oh Gott, links, 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 springen, springen. Ich wusste doch nicht, dass man da springen muss. Oh Gott. Wo geht's jetzt lang? Ah Gott, nein, 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 okay, jetzt lauf rückwärts. Du musst erst drücken, oder nach unten, teilweise nach unten. Ich bin so schwimmig, aber ja, okay, da rein. Ich will nicht, warum sind die, nein. Okay, ähm, nicht da falsch rum durchlaufen, warten wir jetzt. Oh Gott, fängt ja super an. Und jetzt, weiter hier, weiter. Ja, okay, also die Pfeile sagen mir, wo ich lang muss, warum sitzt dann, Mann. Das ist Deko. So, sprengen. Ah, das ist die Posten. Nein. Ich so. Das ist echt Traum. Immer aus dem Raum. Okay. Wie kann ich euch allen das antun, das ist einfach nur traurig, wenn man da zuguckt. Oh Gott. Nach links, links. Habe ich schon gesagt, dass ich die nicht gegen den Baum, du musst zu außen rum. Ich kann das nicht steuern, ich bin einfach nur... Ah, das ist gut. Ich wieso renne ich eigentlich immer durch die Forsten? Alles ist gut. Komm, wir schaffen es ins Ziel. Rüber jetzt nach rechts, gerade aus da, die Bienen, ich ignoriere die Bienen einfach. Da ranrens, dann bist du nur kurz gestoppt. Oh mein Gott. Nochmal springen. Und nochmal springen. Und nochmal springen. Das ist echt ein schwerer Geburts. Das ist gut gemacht. Da links. Jetzt geht es nach rechts gleich. Über die Brücke da. Ja, da ist wieder so ein Scheiß hin. Ja, egal, lass, lass, bleib da. Wieder zurück. Okay, das war traurig. So, jetzt musst du nach links, links. Wieso renne ich immer gegen diese Forsten? Du musst ein Stück zurücklaufen und dann... Es passiert nichts, ich darf nach vorne, ich glaube. Ja, da ist ein Forster, vor dem du musst. So, jetzt. Echt traurig. Okay, komm. Jetzt links oder rechts vorbei, rechts, rechts, rechts. Wie soll meine so scharfe Kurven reiten? So. Und da musst du gleich wieder springen, pass auf. Na, jetzt, 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 jetzt. Ja, super. Wenigstens das Springen kriege ich einigermaßen hin. Okay. Jetzt rechts hoch. Da den Berg, da muss die Pfeile lang gehen. Jetzt kommen gleich Heubein links, pass auf. Ja, da musst du einfach ausweichen. Einfach ausweichen. Ja, ja. Und dann musst du springen. So schade, brauche ich. Ich dachte gerade, ich komme da so richtig gut drüber. Oh mein Gott. Nach rechts. Nach links. Links, links, links. Ja, super. Und... Und jetzt nach rechts abbiegen. Jetzt kommen Autos, da musst du drüber springen. Autos. Das wird nicht besser. Nach links, 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 Achtung, Mülltonnen. Ja, das machst du super. Jetzt nach links. Oh, fast gut. Ah, schade, ich habe das hier ganz gut zu. Achtung. Garage. Ja, die Zeit ist gleich abgelaufen. Da ist noch jemand, noch jemand ist genauso schlecht wie hier. Ah, okay. Nicht schlimm, wir haben es fast ein Ziel geschafft. Es wäre nicht mehr weit gegangen. Es war nur, weil die ersten schon im Ziel waren, da läuft irgendwie Zeit ab. Warte, wir gucken mal. Bleiben mal stehen und gucken mal. Und okay, oh, guck mal, okay. 23 Punkte. Ja, guck mal, 23 für den 28 Checkpoints haben wir geschafft. Gut. Ja, auf den ersten Versuch ist das gut. Also dafür, dass das das schwerste Jumpy direkt so jetzt zu Beginn war. Ich bin einfach mal gegen die Pfosten gerannt. Sammle mal den Müll da an. Müll da ran, du lang. Wenn das so einfach wäre. Okay. Ja, und jetzt nach links aber nochmal Müll, den kannst du auch nochmal einsammeln. Wo ist andere Müll? Warte, wo? Da rechts, wo es glittert. Unter dem Motor. Ah ja, für das erste Mal lief es echt gut. Also dafür, dass es das schwerste Jumpy war. Wenn du das noch nie geritten bist, die Strecke nicht kanntest und so weiter. Das mit dem Lenken war mal so schlimm. Ja klar, und davor, dass du dich jetzt auch noch nicht eingespielt hast. Also allerdings ist es nochmal mehr. Aber immerhin ist das Pferd hübsch. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie sie sich so für erstes Jumpy geschlagen hat. Also keine Ahnung, ob sich noch jemand von euch erinnert, als ihr angefangen habt zu spielen. Und ja, meine Schwester hat ja jetzt noch nie wirklich... Wie lange ist das jetzt her? Ja, das ist eine ganze Weile her. Es ist ein Jahr, seit sie einmal eine halbe Stunde gespielt hatte oder so. So konnte ich auch noch nichts. Ja, seitdem hat sie kein bisschen gespielt und deswegen ist es jetzt so, dass sie halt komplett unerfahren ist als Jumpy gegangen ist. Siehst du das? Ich werde besser. Ja. Keine Kurven reiten. Kannst du noch ein bisschen rumreiten? Aber sie ist ja komplett unerfahren in das Jumpy gegangen. Schreibt gerne mal, wie sie sich dafür geschlagen hat und ob ihr euch noch daran erinnert, wie ihr damals so, ja, erstes Jumpy geritten seid. Wie das so lief. Gut, was hältst du von dem Jumpy? Okay, also ich muss sagen, es macht Spaß, wenn man nicht gerade gegen alle Pfosten rennt, aber es war schon interessant. Ja, wenn man ein bisschen übt, dann macht das auf jeden Fall. Ja, wenn du in Zukunft Lust hast, kannst du das Ganze ja irgendwann nochmal probieren. Vielleicht auch ein einfaches Jumpy, dann mal, wo es nicht so viele Hindernisse gibt. Oh, siehst du mal, hast du gut gemacht, jetzt laufst du hier. Guck, ich werde immer besser. Ja, Übung macht den Meister. Und ja, damit danke ich mich bei meiner Schwester dafür, dass sie heute mitgemacht hat. Und ja. Und danke an euch fürs Zuschauen. Genau, das wollte ich gerade sagen, aber wenn du das machst, perfekt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.